so was geht alle miteinander gestern konnte ich leider kein video machen aus zeitgründen ist ja auch egal ich bin knoche ich habe bock zu zocken und heute zog ich wieder auf meiner playstation das kam beim ersten mal sehr gut an also viel besser als das zweite und das dritte deswegen dachte ich mir zog ich heute mal wieder was auf meiner playstation ich habe mich dazu entschlossen heute dead by daylight zu zocken ich habe das schon lange mal gezockt ich bin kein profi aber trotzdem ja in einem gewissen rahmen es macht auf jeden fall spaß kann man sich können warum nicht auch wenn diese ganzen blöden killer voller pferde äpfel sind und einfach nur abpacken kleine warnung ich könnte mich heute ein bisschen aufregen weil ich immer derjenige bin der von den killern geschnappt werde beste naja ist ja auch egal ich hoffe das kommt dann heute mittag noch auf youtube hochgeladen das dauert immer das bearbeiten tor nicht normal wie lange und ich muss aufhören digga zu sagen nicht normal hübsches gesicht sexy season care blutpunkte keine ahne für was die bringen könnte mir gerne mal helfen ich weiß es nicht spiele ich jetzt überleben oder als killer ich bin als überlebender ich bin echt nicht gut darin ich habe noch gar nicht lange gespielt ich habe noch gar nichts eigentlich richtig na egal starten wir einfach mal du hast auf jeden fall bock darauf alles klar beim ersten mal habe ich gemerkt dass meine playstation wieder flughafen modus war und ich hoffe dass es dieses mal nicht so ist weil mich hat es selber richtig genervt ja ich bin stufe 1 traurig komm mach ready komm du king das blutnis versteht aus zufällig okay komm jetzt 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 kein bock mehr dann sind wir nur zu dritt ist ja auch kacke noch ein king komm du king bester mann alles klar blutdruck geht auch wieder in die höhe was das und ein entsprechendes talent oder ein anderen überlebenden der ihnen zu hilfe kommt kann ein überlebender im todesstatus nicht aus eigener kraft und den status verletzt wechseln das ist ja scheiße so wenn alle tot sind und du nur noch verletzt bist und liegst kannst du gar nicht so machen ja toll ja komm ich bin multi talent mach jetzt ready die zahlen neben den generatensymbolen gibt an wie viele generale die überlebende noch reparieren müssen okay das sind fünf so wie es da angezeigt wird ich glaube das sind nur fünf aber ich weiß ich habe mehr oder weniger kann mir eigentlich einer sagen was diese taschenlampen bringen tun die die gegner irgendwie sozusagen verwirren oder keine ahnung okay wir sind auf einer farm der komische farmer ich habe mit seiner frau was getan deswegen ist er ein bisschen böse lustig hier wieder hier komm lass mal reparieren oh der hat echt verlassen nicht sein ernst ja das geht immer schneller ich muss aufhören mit digga zu sagen hör doch zum aufhören meine güte die dinge bewegen sich immer schneller oh fuck oh meine güte nicht normal natürlich bin ich ja der erste verpiss dich nein 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 komm schon boah ja du mit deiner scheißglocke verpiss dich doch mal von mir was willst du von mir alter ja okay ich muss aufhören so zu beleidigen echt nicht normal von mir oh man 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 der ist schnell bitte nicht bitte nicht bitte nicht bitte nicht bitte nicht scheiße so ne kacke alter und du hilf mir bloß nicht ja toll junge kennt ihr noch das von früher katzenwache katzenwache ja geh da hin bist du behindert geh doch nicht hin geh doch nicht hin geh weg der wartet doch nur darauf oh mein gott naja egal komm jetzt rum ich bitte 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 oh du hattest so viel Zeit toll nein ich hab keinen bock auf den Tarkl komm schon komm schon komm schon komm schon komm schon ja komm schon scheiße man komm schon der bester Mann Och Digger so eine kacke jetzt bin ich verrückt ja das war nur zum aufwärmen nur zum aufwärmen ihr wisst bescheid nur zum aufwärmen nur zum aufwärmen das war dann mal ist das war ja und und das war das war Untertitelung des ZDF, 2020 ... 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 deinem tank top oder unten und wie auch immer beste gleich eine kiste nein nein hoffentlich kriegst du sie nicht auf mein spaß seid ihr gewinnt oder auch mir was bringt das denn überhaupt ich weiß es nicht wirklich klar lass mal den generator zusammen machen ich weiß doch ganz genau ich bin wahrscheinlich wieder der erste komm teile bewegt euch ja auch falsche taste komm jetzt oh manne meine güte was bringt das komm schon geh doch auf jemand anderes meine güte alter ich kriegs noch an den nerven das ist doch der aus das ist resident evil naja oder ich weiß nicht doch eigentlich schon ist ein bisschen angespritzt oh mein ne güte nein 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 oh man letztes zweite mal ich kriegs an den nerven wirklich jetzt kommt die tentakel wieder ich bin eh schon voll gespritzt ja beste mann detektor wir müssen noch fünf stück machen oh mann ich bin echt am arsch ah du willst mich heilen bester mann ja heil mich auch genau perfekt aber nur um zu hinkrapschen komm dich heil ich auch perfekt gegenseitig geholfen ist es ein virus oder wie was ich jetzt an mir habe ich weiß nicht der mich langsamer macht oder sowas in der art ja ok wir haben verstanden du bist krank boah hab ich mich jetzt erschreckt ok der ist da komm schon ja perfekt meine güte ich versuche dir zu helfen oh mann so aber nicht komm wir haben nicht mal einen generator gemacht okay die teile werden immer schneller oh mein gott aller letzte sekunde bist du unter der erde wahrscheinlich in so einem keller oder so komm die teile werden immer schneller komm schon ja komm schon nur noch das eine ja es wird es wird ja oh man komm schon mach doch jetzt perfekt ah ich kann es damit sabotieren oh nein so eine kacke ja ja jetzt maul hilf mir nichts mit den anderen ja gut bin ich mal wieder als erstes raus komm schon bitte oh man naja danke für nichts naja ich hoffe die folge hat euch gefallen bis zum nächsten ich hätte Bock auf wieder ich hätte auf jeden Fall Bock auf noch eine Runde darauf heute Abend denke ich kommt darauf auf jeden Fall nochmal aber diesmal als Killer ich freue mich auf jeden Fall drauf danke fürs Zuschauen der mich supporten will kann das gerne machen muss natürlich nicht ist jedermanns Sache muss ich mich freuen über neue Zuschauer naja ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen bis zum nächsten bis zum nächsten bis zum nächsten Vielen Dank.